also wir müssen mal kurz über spider-man no way home reden und zwar die kurzzusammenfassung deswegen es wird vielleicht nicht für alle von euch interessant sein weil ich bin ja kein spider-man fan ich habe mir den angeguckt wie jemand der einfachen actionfilm sehen will und der den letzten der rauskam ich ganz okay fand aber von denen davor nicht viel gesehen hat in allerersten habe ich gesehen also diesen allerersten was weiß ich vor vielen jahren habe ich dann nicht weiter interessiert habt ihr bereich nicht weiterverfolgt und wie auch immer den letzten fand ich ganz okay und kommen diesen aktuellen eigentlich auch mal gucken warum man nicht ich muss sagen selten so viel deppen auf der leinwand gesehen und spider-man würde ich mal sagen go home und ja ich widerspreche jetzt leider den gängigen kritikern das dort mal ist ganz ganz arg leid also ich freue euch jetzt den gesamten film wenn ihr nicht gesehen habt solltet ihr es tun oder lassen aber euch eigentlich nicht nach der kritik richten aber für alle leidensgenossen um was geht es eigentlich der fängt ein bisschen an wie incredibles also genau der animierte film weil spiderman der wird jeder weiß dass er peter parker ist das ist wie bei superman um gottes willen jeder weiß dass bei der man peter parker ist es ja furchtbar und er wird angeklagt weil er hatte halt zeug kaputt gemacht und die anklage wird fallen gelassen interessiert keine sau er und seine freunde wollen aber aufs college und da gibt es eine szene wo die sich beim college richtig super peinlich nervig daneben benehmen weil sie wissen wer ist man denkt man sich wurde sind total happy wenn er kommt sind sie nicht keiner von allen wird irgendwie irgendwo beim college angenommen weil er ist ja peter parker also spider-man und spider-man auf dem college kann man jetzt verstehen wobei zum spinnweben weg machen wäre vielleicht ganz geschickt einige von diesen colleges sind ein bisschen eingestaubt und es mit den spinnen weg machen das machen sie später wirklich ja genau soll witzig sein ist es nicht und was macht man dann wenn man ist gebaut hat im leben oder denkt dass man ist gebaut hat man geht zu dr strange der hat gerade bis alle winterkehr woche in seinem haus ist alles ein einschneid spielt aber keine rolle und er sagt dann zu ihm er möchte eigentlich dass alle alles vergessen also dass er spider-man ist und so weiter und der doktor streich sagt man weiß ist ja bisher blöd ja mach mal servus und dann sagte das ist also sein der andere kumpel der jetzt irgendwie der chef zauberer ist dass da ging irgendwas durcheinander wahrscheinlich hat er irgendwie irgendwelche formulare nicht richtig ausgefüllt oder wo es war sie also jedenfalls sagt der andere dann zu ihm er diese gute idee weil der zauber der ist super dangerous da musste erst mal die gebrauchsanleitung lesen und so weiter fahren wir mal angeht und dann sagt er hat es vergessen alle dass du bist ja servus natürlich klar alle vergessen dass ich peter parker bin da fängt das strange daran darum zu wurschteln das ist wahrscheinlich bei star trek wenn sie ihn in den schaltungen darum formeln der juli und so weiter und sagt es könnte jetzt gefährlich werden weil es gibt uns das ganze geschäft um die ohren und dann sagt aber als der strange bis anfangen hat dass beide dann ja moment aber also quasi was haben uns die römer gebracht also wer soll das alles vergessen ja alle außer meiner freundin und das strange okay also alle alles heißen aus und ja alle aus und wie viel mal besser danach vier mal fünf mal oder whatsoever und strange ist super genervt macht aber weiter und das ganze geht natürlich granaten mäßig schief also das sind jetzt gerade zwei teppen auf der leinwand der eine web der das mit macht dass der zauber dauernd geändert wird uns auch überhaupt versucht und der andere tab der obwohl er vorgewarnt wurde das nicht bis zu ende gedacht hat was passiert wenn alle vergessen dass er peter parker ist gut er ist halt nicht der hellste das dachte ich mir übrigens schon immer ich habe schon immer so mein problem mit spider man cup deswegen habe ich auch in einem vergangenen wieder mal gesagt keiner mag spider man was soll die von sich auf andere schließen anscheinend bin ich der einzige der spider mann mark gut ja das ganze geht granaten mäßig schief weil dann kommen die ganzen bösewichte aus den vergangenen episoden die erscheinen da das beide will noch die direktorin von seinem malte gelung sie da überzeugen jetzt ist für mich das problem der vorteil oder nachteil ich habe gesagt ich kenne die eigentlich teilweise gar nicht für mich ist es ein ganz normaler actionfilm wo so ein paar seltsame bösewichte auftauchen die eigentlich ganz putzig sein könnten und deswegen bin ich natürlich eigentlich der völlig falsche in spider mann film als spider mann film zu bewerten ich bewerte ihn jetzt einfach als actionfilm mit meinem bescheidenen vorwissen und mit meinem vorwissen aus dem mcu da habe ich eigentlich alles gesehen bis auf snake eyes glaube ich ist das mcu bin jetzt von allem begeistert und ich finde auch dieses ganze große das ist mir relativ wurscht ein film muss für sich allein als actionfilm funktionieren tut er nicht das ist einfach ein endloser reminiscenzen film ein anderes gelumpse erstmals die anderen bösewichte einfangen sagt das strange also mit sowie die ghostbusters im prinzip da fängt jetzt die einen das funktioniert doch dann sind die in lustigen zählen diskutiert mit ihnen und dann fällt die meint die könnte man ja heilen und da kamen in mir so komische geschichten hoch vielleicht über interpretiert ist auch aber schon sind die idee dass man alles heilen muss oder kann ok nehmen was mal als gegeben dann macht er aber den zweiten deppen fehler weil das train sagt dann hier geht jetzt alles darunter drüber die kommen aus anderen dimensionen die kerle die müssen wir zurückschicken und dann aber das bei der man ja aber dann sterben die ja oh mein gott also eine andere dimension hat er die umgebracht sollte ich jetzt gesagt mit großen dimensions machten kommen große opfer und er hindert den strange daran diesen zauber zu machen und zwar in der spiegelwelt und zwar weil mathematik ist er stärker als zauber da hauzt er die schuhe raus vor allem peter park der depp des films hat dr strange festgezurrt durch die kraft der mathematik in diesem spiegel universum das ist jetzt ein bisschen über den film die 10 oder bissel seltsam bis alles strange sozusagen ist es auch weil das alles so verwurscht ist und er merkt aber was das für eine kurve ist du bist hier wirklich der volltrottel zu dem kommen wir später noch mal also irgendwas passt hier gar nicht gut der dr strange hängt dann da bisserl herum in diesen dimensionen während der peter parker die anderen die bösen rettet also heilt er hat da noch vom mr iron man dann zur kleinen kiste und die kiste ist irgendwas was alles produzieren kann okay witzige putzige idee und plötzlich wir erinnern uns das ist der peter parker der unbedingt am college aufgenommen werden wollte weil er warum eigentlich um geld zu verdienen oder wie oder was der also der pax echt nicht der hat der weiß dass plötzlich alles der kann darum fummeln der kann da chips bauen und gegen mittel und so weiter synthetisieren da wäre es besser gewesen hätte den strange code weil der das zaubern hätte ich eher geglaubt und natürlich kann er den mr octopus da dann heilen weil es ist ja bloß ein defekter chip und wissen alle bei chips das ist ja überhaupt alles kein problem aber bei den anderen scheitert es teilweise und dann der kobold ist dann sehr sehr ungehalten und ich habe euch ja gesagt ich bin also bei dieser ganzen keilerei die dann entsteht stirbt tante mei es ist ein bewegende szene nein ist es nicht ich weiß alle ich habe irgendwo gelesen wer bei spiderman nicht heult hat keine seele oder so ernsthaft das war beliebig entschuldigung also was soll also was soll das das ganze geht dann immer weiter es geht an großen endkampf und bei der ganzen geschichte werden dann durch seine freunde die anderen spider mans materialisiert und ich fürchte das ist der einzige punkt das war die notiz die wieder das postet was ich dann immer zitiere am rand vom drehbuch klebte wir wollen alles bei der main main bei der main dann heißen statt mit 1 bei der main to spider main wir wollen alle in einem bild in einem kampf haben weil das ist was die fans wollen die fans könnten mich so langsam mal ihr wisst schon wo ja das ist putzig ja das ist ein grölen dann im saal wenn sich die fans begeistern weil sie die anderen spider main sehen und ihr habt wenn man das jetzt ernst nimmt ein multidimensionales chaos angerichtet jetzt wissen ja auch noch voneinander welche welt ist die richtige gut natürlich ende das ganze dann in irgendeinem endkampf den eigentlich keiner interessiert weil es bei der main wird gewinnen weil es muss ja neuen teil geben ab dem moment ist es eigentlich auch schon langweilig und was die sache wenn man es ganz bis zu ende überlegt vollkommen sinnlos macht ist dass er am schluss zu strange sagt servus strange und er da du darfst mich wieder steve nennen was also servus strange ich will das alle alles vergessen nein das mache ich nicht doch das machst du alle sollen alles vergessen weil das ist die einzige chance dass wir es den anderen dimensionen nicht mehr überkommen also es geht nicht dass das menschen dimensionen zu machen er soll dass das alle alles vergessen gut das macht er dann auch das geht auch die ganzen wesens an weg und die spider-man und umarmen sich noch ganz schön und natürlich am schluss ende das dann so dass er seine freundin wieder trifft und bei ihr einen kaffee will und man hat so das gefühl immer so erkennt sie noch erkennt sie nicht natürlich erkennt sie nicht weil wir brauchen noch einen neuen teil wir brauchen in irgendeine rührselige story für den nächsten teil ja ich bin angepisst weil wenn man das am ende sich überlegt was hat peter parker angerichtet er hat an dieser stelle alles vermurkst tante mei und alle tante mei ist gestorben ein paar bösewichte sind halb geheilt oder auch eigentlich ist es egal die sind aber weil die sind wieder zurück als er auf jeden fall alle dimensionen und wenn man es jetzt genau nicht alle zeitlinien durcheinander gebracht wenn wir jetzt mal in dieser logik hier werden strange verärgert strange ist sowieso also sorry voll trottel wie auch immer und er hat seine freundin verloren hätte aber so oder so weil im prinzip dieser ganze abschnitt hier den wir jetzt da uns über zwei stunden dann reingedrötet haben der war eigentlich überflüssig weil es am ende doch wieder so kam okay man könnte da jetzt sehr viel philosophisch rein denken die sinnlosigkeit des menschlichen handelns das werden und vergehen das böse ist nicht zu besiegen man kann das böse nicht teilen das böse ist wie das gute ein gegensätzliche kraft im universum bla 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 da könnte es auch einfach sagen das ist ein beschissenes drehbuch das nur damit funktioniert weil an jeder ecke irgendeine erinnerung an irgendeinen alten film da hervor lugt und weil alle jetzt natürlich hoffen deren feuchte träume jetzt war gewollt sind alles bei der welt in einem film und alle böse nicht in einem film es ist doch gut weil alle jetzt natürlich hoffen aber jetzt könnte man vielleicht noch noch mehr oder aber jetzt also ich werde jetzt sagen jetzt kommt auch iron man aber dann kurz ich sehe schon wieder die kommentarschreiber dann formulieren das ist ja gar nicht sein kann weil mcu sony bla bla ist das ist alles völlig egal das ist alles nur ein spiel in welchem universum bla bla mir kommt es immer so vor wie wenn dieses pseudowissen um pseudozusammenhänge dieser virtuellen welt inzwischen das wichtigste ist vernünftige handlung und die also vernünftig das also das sagt jetzt jemand der die unglaubliche reise in einem verrückten raumschiff und spione wie wir großartig findet man kann ja nicht wirklich sagen dass das für eine vernünftige handlung ist aber es ist eine handlung die reinziehen und spaß macht dieses bei der welt hat ich habe mir ja so oft ans herrn kaut dass mir der kopf schon wehtut so blöd ist der man kann auch damit arbeiten dass die hauptperson etwas geistig zurückgeblieben ist das ist nicht schlimm das kann das passiert die gibt solche leute gibt es aber man kann doch den film dann auch nicht so beenden dass diese hauptperson dann mehrere universen verändert hat und dann noch so weitermacht wie bisher der gehört eingesperrt der ist bisher bläm bläm da muss man aufpassen dass der net noch mehr unsinn macht ganz am anfang die hatten recht der muss bestraft werden was hat er denn da alles angerichtet gut wahrscheinlich werden jetzt einige den kanal die abonnieren dann ist es so weil ich scheine hier wirklich 90 grad phasen verschoben zur normalen meinung sein zu sein sein zu sein ja ist mir aber egal ich habe auch langsam das mc o dick aber das ist eine neue geschichte und die wird ein andermal erzählt werden guten Abend